So, herzlich willkommen zu Minecraft PvP, heute mal mit Hiro und Pakoedra, ja heute mal, ist witzig, ich mach das zum ersten Mal. Ja, guten Tag, guten Tag. Boit, wie geht's euch? Alles klar bei euch? Nehmt die beide auf. Du verstreikst grad die gefailte Robocraft-Folge. Ja, nein, was? Robocraft, was ist das? Das hab ich nie gespielt. Was ist denn Robocraft? Meinst du da, wo Hiro so abgekackt hat? Ja, ich hab's nie gespielt. Nein, ich kenn keinen Robocraft, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Kann man jetzt hier einfach runterrennen oder was? Naja, einfach runterrennen. Geht's dann los oder was? Du kriegst hier keinen Fallschaden oder so. Okay. Jetzt ist noch die Lobby, ne, hier kannst du ein bisschen rumlaufen. Ich bin verrührt. Du versteck mich, lass mich in Ruhe. Was ist das? Was steht denn da? How do you play? Read your book to learn how. So, ich bin der König. Ich hab kein Buch. Ibi Mr. Moore. Das hat mir eben nicht gehört. Ah, voll gerne. Welche Map wollt ihr denn haben? Ich bin für... Ich hab, äh, ich hab Streiksaft gemacht. Und da sind auch sieben Leute für. Echter nämlich Tempel. Ja, wie vote ich denn? Mit der Karte und mit dem Blatt Papier da. Ah, Map Voting. Ah, ist ne Minikiste. Streiksaft. Ist dann nämlich Streiksaft. Okay, ich nehm Tempel immer noch. Geht's schnell voran hier. Ja, aber es müssen erstmal genug Leute kommen und dann müssen wir die alle zerbersten. Ach so, das auch noch. Da sind auch schon ordentlich Leute hier. Ah, ja. Ja, aber Streiksaft hat gewonnen. Und es geht... Wo seid ihr? Ich pack fest. Wohin gehen wir? Ähm, Scheiß auf die Kisten in der Mitte. Wo seid ihr? Ach so. Ich bin... Ich hüpfe. Hab ich denn irgendwas? Ich hab gar nichts. Ich hab gar nichts. Hier kommt hier, seht ihr den Sand? Ich seh dich da ganz hinten. Ja, ich seh den Sand. Genau, dahinten ist die Leiter, die da hoch geht, das Haus. Da gehen wir hoch. Okay, dann. Wo ist ein Kindzipfel? Meinst du die Leiter da? Der steht neben mir. Ach, okay. Aber wir dürfen kein Team bilden, oder? Da ist doch diese Leiter neben dem Haus. Bisschen wir doch ja. Bisschen wir doch ja. Bisschen wir doch ja. Bisschen wir ja. Bisschen wir ja. Bisschen wir ja. Bisschen wir ja. Wir sind voll die Cheater. Ja, ich bin auch ne Mega-Loser, also eigentlich gleicht sich das aus. Wir ziehen den Parkourer eher runter. Ach hier, liebe Zuschauer, hier. Texture-Pack, ähm, BD-Craft, Weihnachtstexture-Pack, sieht geil aus, oder nicht? Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, go! Also diese Treppe hier. Die Leiter hier, ganz schnell hoch. Nein, ich hab Kuchen. Ich häng fest, ich häng fest. Hilfe. Äh, hier geht's gar nicht hoch. Fickt euch. Was? Wie kann ich jetzt? Hier hoch einfach. Wie kann ich mein Berserker-Pack auswählen? Ich hab'n Waffe, ich hab'n Kompass, ich hab'n Schuhe, Kühlsch. Lauf einfach, lauf. Komm her, hier. Wo ist der? Ich kann mich nicht bewegen, richtig. Gott, das sind Kisten, ach so. Ich spiel nämlich auch grad zum ersten Mal mit diesem Texture-Pack. Warte mal, kann ich hier erstmal Bücher durchlesen? Ich bin jetzt gerade noch schon umgegangen. Oh Gott, ich halte mich mal hier an. Wir sind hier oben, du sollst nach oben kommen. Wo denn nach oben? Hier. Ach, da hinten. Okay. Wir müssen uns beeilen, wir haben keine Kisten. Kindstift, warte du mal kurz auf Hiro, ich hol' mal Kisten. Ich hab'n Apfel. Ja, aber was bringt mir denn jetzt dieses Berserker-Pack, wenn ich nichts hab? Ich hab' Pilze. Ja, ich weiß es nicht. Warte, hier ist irgendwo ein Typ gewesen. Wo seid denn ihr jetzt? Kommt einfach die Treppe hoch. Nach der Treppe hoch. Ist er hier lang? Ja, nein. Ich glaube, ja. Treppe hoch. Hier. Moin. Und dann ins Wasser. Und jetzt? Noch nicht, wieder hoch. Da gibt's nichts. Scheiße. Doch, da ist alles noch eine Kiste. Ja, ich hab'n Stiefel und Feuerzeug. Wow. Okay, Feuerzeug ist super. Feuerzeug ist super. Ich komm' hier nicht mehr raus, ich sterbe. Das ist einfach keine Scheiße. Hör auf. Wie kommt man denn jetzt? Kommt mit. Dazu soll ich mit den Büchern gleich wegschmeißen. Kommt einfach rum. Ah, da geht's ja hoch. Also runter als Loch oder was? Hoch, 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 hoch. Ganz hoch. Hoch. Die Bücher sind hier enchanted. Hinten, wo wirst du? Ich bin noch im Loch. Wie seid ihr rausgekommen? Kommt nach oben. Einfach, da ist eine Leiter. Dann die Leiter hoch und dann die Treppe runter. Und dann einfach mir hinterher. Treppe? Wie oben ist eine Leiter? Noch eine? Nee, ganz nach oben. Rechts, rechts. Das ist eine Leiter. Geht da hoch und dann kommt die Treppe runter. Also ich komm runter. Ach, da. Ich sprüche schon. Das hier aus, Leer. Scheiße, da war schon einer. Lauft einfach die Brücke entlang. Seid ihr bei der Brücke? Junge, so richtig. Du musst mit den Nöbs hier spielen. Echt, Alter? Ja, ich kenn die Map nicht. Die Treppe runter, ne? Ich kenn die Map auch nicht. Ja, genau. Pass auf, da ist einer. Da ist einer, ja. Ich hab meine Hand zum Zuschlagen. Der hat ein Schwert. Ja, dreh um. Der brennt. Komm, wir hauen ihn tot. Ich komm dann. Ja, der brennt. Nein, ich brenne auch. Ich bin gleich da. Nicht weglaufen. Wo ist der hinter euch? Gleich schreiben sie. Team, oh, ich bin gestorben. Hey, Levitzka. Ach nee, scheiße, du bist tot. Ach, du hast echt versucht, ihn. Ja, ich hab versucht, mir eine Hand zu schlagen. Was soll ich machen? Oh, mein Gott. Was hast du bekommen? Ich hab Schwerter, Rüstung. Wiederbeleben kann ich machen. Brauchst du ein Leer? Ah, nee, du hast Gold. Hä? Ach, ich bin jetzt im Spectator-Mode. Okay. Hier gucke ich euch ein bisschen zu, ja. Gold, äh, nicht Stein. Hier hast du noch ein Kompass. Ich kann für euch um die Ecken gucken. Ja, geil. Oh, warte. Hiro, hast du was zu essen? Äh, ein Fisch. Ja. Und hier noch Äpfel. Ja, was hast du noch zu essen? Du brauchst ja selber was. Ich hab drei Äpfel noch jetzt. Okay, warte, ich geb dir den Hüro. Ich hab sogar einen Kuchen. Wow. Hier hast du noch eine Lederhose. Hiro, nimm mal. Oh, nimm mal. Wir müssen noch ein bisschen zu weit gehen. Das ist ein Spectator. Was? Einer hinter uns? Oder was? Ich würde zu weit gehen. Nein, ich möchte auch kein unfairer Spieler sein. Dann musst du husten. Wo ist denn der Typ in der Mitte? Der ist nach links gerannt. Okay, ich huste. Nee, das ist er nicht. Der ist da, wo ich bin. Seht ihr mich? Nein. Hier ist noch eine Eisenbrustplatte dringend. Ja, geil, nimm die. Da, die zwei kommen. Nee, doch nicht. Die kriegen eine Schelle. Wie? Ist keiner in die Mitte gegangen? Wir stehen in der Mitte, aber die Feigenraten kommen nicht. Hast du ein Level nicht? Kleine Nutte. Pass auf, die kommen. Ach so, ich hab rechts geklickt. Ja, komm, komm. Wo bist denn du? Lauf hier hinter. Lauf, lauf, lauf. Scheiße, ich bin in der Lobby. Ich bin Bauer und so ein Motherfucker. Bitte was? Der brennt und ich bin gleich tot. Aber so in den Spielmodis hätte ich echt gerne mehr als zu machen. Hilfe. Hilfe. Aber ein schönes Schiff. Und wir werden demnächst auch ein Minecraft-Pvp-Projekt starten wahrscheinlich. Ja, das klingt interessant. Nein, ich bin tot. Ach, ich bin übrigens in der Temple-Map, ne? Echt? Ja, aber wie komm ich hier wieder raus? Das ist schon ein krasser Motherfucker. Wo sind denn hier tausend Spinnen auf einmal gewesen? Ach, sag nicht, ich muss die Verbindung trennen, um aus dem Spiel zu kommen. Nee, aber eigentlich Slash-Hub. Slash-Hub? Ja, doch, Slash-Hub. Ihr habt doch auch, glaube ich, diese Uhr, oder? Dann kannst du in drei Sekunden click to again. Oh, Hub. Stimmt. Drei, zwei, okay. Die Uhr hatte ich nicht. Ah, jetzt bin ich jetzt, oh, jetzt bin ich im Hub. Hi, Hiro. So, dann geh ich, ja, ich bin wieder auf Survival Games gegangen. Wieder mit dem Kompass. Ach, da bist du doch. Bist du auch bei Survival Games. Survival Games. Ja, warte, ich mach, ich mach Survival Games. Komm mit, komm mit. Wir müssen gucken, dass wir das Richtige nehmen, hier. Jetzt stehst du wieder vom Eingang. Ja, das ist sinnfrei gewesen. So, was denn jetzt? Ähm, wir könnten auch ins Team gehen, weil einer von euch wird sowieso sterben als erster, denke ich mal. Nein, wir schaffen das jetzt, jetzt schaffen wir das alle. Welche wollte er? Ähm, ist eigentlich scheißegal. B2. B2, okay. Bingo. Bingo. Bin drin, bin drin, bin drin, bin drin, bin in meinem Munde. Komm mit. Wuhu. Hichu. Was ist, was ist das? Das ist ein Schild. Ähm, habt ihr eine Maus mit mehreren Knöpfen? Ich hab eine mit drei Knöpfen, ja. Ich auch. Scroll-Gradten. Runterdrücken und die zwei normalen. Ja, ich meine nochmal eine Extrataste außer zwei. Ne, warte. Okay, aber ich hab mir Sprinten auf meine eine Taste, die ich mach, dann, und dich dann Zeit draufdrücken kann. Mit Makroart. Was bringt mir denn jetzt Bersäcker? Ich dachte, ich hätte ein Schwert. Ich glaube, du hältst mir aus, aber bist du stärker. Ich bin wieder diesen ich. Ich habe wieder Baumaster genommen. Was war, hatst du da was am Anfang? Nö, ne? Nö. Dann nehme ich jetzt wieder Bersäcker. Ich nehme Bogenschütze. Fang mich. Aber ich glaube, das bringt nur was, wenn wir einen Bogen haben, oder? Ach nee, ich muss euch fangen. Was steht denn da? Lauf drinnen. Lauf, lauf. Lauf schneller. Lauf. Wie so ein Behindert. Ja, ich habe ihn. Ich bin weg. Ich muss hier hoch. Ist das eine Sackgasse? Mit was muss ich dich denn anklicken eigentlich? Mit links. Du hast es. Du hast es. Hier, wo ist er? Parkhoi, der flieht auch schon. Ich will nicht pink sein. Los, Kran, zerstöre mich. Was? Ich spiel mir so eine Scheiße. Ich will nicht mehr sein. Oh, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Er kommt. Wir waren, ich glaube, beim Kran. Ah, ich hänge fest. Ach, ist nicht schlimm. Pinky. Was? Fünf? Oh nein. Oh mein Gott, er kommt. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Lauf, Schlampe, lauf. Da ist ein Bäumchen, das hält dich auf. Na komm. Ah, Falafel, verdammt nochmal. Guck mal, wie du hier oder redst, ey. Ey, geil, was haben die sich für Mühe gegeben beim Bauen? Ich verfolgte dich gerade gar nicht mehr. Ich war fasziniert von der Bauweise, dieses, dieser Insel da hinten. Das sieht so crazy aus, ne? Ihr findet mich nicht. Ich muss ja noch voten. Was wollen wir denn jetzt mal? Tempel? Ich hab irgendwas gedrückt. Das ist andere Maps. Ja. Welche habt ihr denn genommen? Ja, es gibt ja nur Classic Classic. Die erste. Oh, Classic SG4 ist auch cool. Ja, dann nehmen wir das. Okay. Ich kenn ja auch keine Map. Wird schon passen. Ja, ich hab nur davon gehört, man munkelt, man. Man könnte ja auch mal zusammen eine Map bauen. Das ist ja bei der Map. Können wir machen. Und die reichen wir dann bei GOMMA HD ein und dann sind wir Fame. Ja. Aber wir sind auch schon Fame, dachte ich. Ja, natürlich. Ja, klar. Wofür machen wir denn das denn hier? Für unsere mega krass vielen Zuschauer. Klar, Hero hat fast 200 Abonnenten, der ist Fame. Ja, Mann. Ja. Also ich krieg 80% der Klicks aus der Suche. Ja, ich auch. Echt? Ganz komisch. Ach, es geht los. Ich dachte, du kriegst die nur auch von deinem Clickboard. Du bist direkt neben mir, Pacoidra. Und du bist auch direkt neben mir. Ey, wir sind ganz wenige. Wir gehen einfach in die Mitte und holen uns Kisten und dann gehen wir auf einen Haufen. Oh, nach 45 Sekunden denn? Bist du sicher? Wir können auch wegrennen. Wir sind alle nebeneinander. Hinter uns ist direkt eine Leiter. Wieso wegrennen? Okay, dann gehen wir nach hinten. Wirklich? Wegrennen. Wo seid ihr denn? Da, genau die Leiter hoch. Also einfach nur 30 Sekunden. Ich seh die von hier nicht. Echt? Ach, da, hinter dem Zaun. Da ist so eine Zuckerstange daneben. Aber an der Mitte sind halt immer die geilsten Kisten. Ja, der Zaun sieht so aus, ne? Ja, ich kann ja schon. Oder irgendwo ist Yoshi. Yoshi? Ach, das ist die Map. Ich hab, aber ich hab keine, ich hab keine, ich hab keine Aktivität. Ich werfe jetzt erstmal diese scheiß Bücher weg, ey. Was bringen mir die? Gar nix. Gute Idee. Weg sind sie. Warum schreibt er, man soll in die Mitte gehen? Ja, weil wenn er Glück hat, kriegt er ein Schwert und macht euch weg. Vielleicht haben wir auch. So, es geht los, Leute. Ah, geht er da hoch. Oh, ich bin in euch drin. Ich auch. Komm mit hier hinten raus. Kennst du die Karte? Nein, wie gesehen. Schön ist es hier. Es gibt hier. Da hinten ist einer. Lass ihn mit der Hand tot prügeln. Ja, komm, zu dritt geht das. Aber wir sind so am Schieten. Hier ist nix. Da geht ne übelste Leiter runter. Ja, ich komm gleich wieder. Was? Warte mal. Ich muss ja auch. Oh, da ist ein Blume. Die haben bestimmt gleich schon irgendwas. Da hinten sind zwei Leute. Das ist ein Team. Ja. Die haben die Kiste leer gemacht. Nein. Sollen wir es versuchen? Ja, ich weiß nicht. Die hauen ja noch ab. Alter, hier sind mehrere Teams. Das Haus. Lass uns das Haus durchsuchen. Ich hol grad Kisten. Ja, angeln. Angeln ist schon mal gut. Sind die da drin oder bist du da drin? Die sind da drin. Wo seid ihr? Ich glaub, die kennen die Map. Ja, da oben ist nämlich ne Kiste. Ich hab ein Feuerzeug. Ich werd sie abfackeln. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Sollen wir hochgehen? Ich hab ne Hand, ja. Ich guck mal auch mal die Hände. Nein, der hat schon alles. Raus hier. Ich hab Betten gefunden. Komm die Leiter hoch. Oder bist du da hergekommen? Ja, Betten bringen euch sehr viel. Da ist doch ein Sackgasse. Egal. Ah, ne. Da ist, da ist, ähm, noch ne Kiste. Ist da ne Kiste? Ja, und da ist nichts drin. Eine Lederkappe und zwei Gehirne und einen Kompass. Ich komm hier nicht mehr raus. Leck mich doch am Arsch. Die sind unter uns. Genau unter uns. Ich komm gleich zu euch. Warte, warte, warte. Ich mach Feuer. Ich mach da überall Feuer drum. Fackel sie ab. Und ich, ähm. Paco, Hilfe. Ich bin gleich da. Warte mal. Die sind oben. Guck mal, da oben. Da ist einer drin. Scheiße. Ist da nur einer? Habt ihr schon Waffen? Nein, gar nicht. Ich glaub, die denken, wir haben Waffen. Wir zeigen sie noch nicht. War da nix drin, oder was? Ne, da war leider nix drin. Gehirne sind da drin. Die kann man essen. Ich komm gleich zu euch. Wo seid ihr? Bei den Häusern? Bist du noch hier oben drauf? Ich bin hier bei einem Haus, ja. Ey, da hinten sind noch mehr Häuser. Lass uns doch da mal hingehen. Ja. Da geht gerade hin zu den ganzen Häusern. Äh, es gibt Fallschaden. Komm, komm zu diesem großen Haus mit dem, mit dem, äh. Mit dem Rauch. Scheiße, hier sind die Tür schon offen. Das heißt, hier war schon einer. Ja, jetzt bin ich auch schon ein Räum. Ah, in der Scheune ist eine Kiste. Die kenn ich. Ach, ich kenn die doch hier. Kennst die? Hast du schon mal gespielt, Mähne-Kraft? Hm. Was ist das denn? Ach, ein Traktor soll das sein. Hier ist alles schon abgefahren, wahrscheinlich. Nichts. Wo seid ihr? In der Scheune. Äh. In der Scheune ist gut. Ich hab ne Kiste. Wo bist denn? Auf der Scheune? Äh, ja. Ich bin hier oben. Ah, ja. Und, was ist das drin? Ja, nur Rüstung. Also im Ofen ist nix. Nee, hab ich auch schon mal geguckt. Sag mal, auf mich zu schlagen. Eine Angel hast du. Eine Angel. Ja komm, lass mal weiter suchen. Will ich jemanden eine Angel haben? Nee, ich kann damit eh nicht umgehen. Ja, ich hab zwei. Kommt mit. Ach ja, eine Angel nehme ich gern. Wo bist denn? Wo bist du? Hier draußen? Ja, ich geh raus. Raus, raus, raus. Hier war noch keiner. Das heißt, wir können hier looten. In dem anderen Haus ist bestimmt auch was drin. Da, fang. Was? Oh, ja, die Angel. Hier ist die Kiste drunter. Ich hab noch mehr Rüstung. Vor dir. Ich hab ein Dia. Dia ist gut, ich heb den ja auf. Oder gib mir den. Du stirbst noch. Hier, du kriegst den. Das kriegst du. Dann kriegst du auch Sticks direkt. Sticks ist geil. Brauchen wir nur noch ein Dia. Geil, kann ich mir dann mit Dia-Mann-Schaufeln machen. Kommt mit. Ey, warte, hier drin sind auch Kisten. Da waren aber schon Leute drunter, nicht? Nein, hier war nur hinzurei. Oh, hier ist ne Kiste. Die ist schon leer. Hier ist nix. Komm mal hier aufs Dach, doch. Ich geh aufs Dach. Warte ich schon ganz unten drinnen? Nee. Dann geh ich ganz unten. Auf dem Scheunendach ist ne Kiste. Ne Spinne hat mich runtergeschlagen. Das ist natürlich kacke, ne? Warum gibt's hier denn Monster? Pass auf, da draußen ist ne Spinne. Hm, hab ich gesehen. Stopp, du Nutzer. Ich bin fast tot. Ich hau die Kau. Kommt raus. Wir müssen weiter, wenn wir hier zu lange bleiben. Haben wir natürlich Probleme. Warte, ich hau die Kau. Auf dem Scheunendach ist, äh. Ja, hau die weg. Mit meiner Angel hau ich dich kaputt. Diamantenkopf, du Schlampe. Oh, ein Blitz. Blitz heißt, einer ist tot, ne? Bin grad mal kotzt um die Scheune rum, ob man hier hochkommt, weil da drauf ist ne Kiste. Echt? Irgendwie aufs Dach der Kiste, äh, aufs Dach der Kiste, ja. Ich weiß, wie man ungefähr vielleicht drauf kommen könnte. Hier drumrum kannst du nicht. Ich glaub, von innen muss man. Du hast keine Ahnung. Hier auf den Baum und dann, ne, auch nicht. Ne. Acht Blätter kann man abbauen. Das ist ja interessant. Echt? Ja. Oh, abgestützt. Ich bin ein schlauer Mensch. Seid ihr oben? Sehr schön. Ne. Wir hängen uns zu lange an dieser Kiste oben auf. Ja, allerdings, ja. Kommt mal weiter, wir suchen. Ja, okay. Wir gehen mal weiter hinten zum Rand, hinter, da sind irgendwo Kisten bestimmt. Oh, mal gleich. Und irgendwo ist einer im Boden versteckt, das weiß ich, zuvielweise. Wohin seid ihr jetzt im Rand? Ich seh, ich bin Kinsey, hier. Ich bin Kinsey. Du bist Kinsey, du bist Kinsey, du bist Kinsey, du bist Kinsey, ich steh direkt vor der Scheine. Das ist die Identität, das ist die Stahl. Hinter die Scheine. An die Wand, oder was? Nicht ein Blümchen für dich? Ja, genau. Da bist du doch, komm. Einfach mehr nach. Wir haben gar keine Waffen, wir haben keine Rüstung, wir sind vollgefägt. Das Kinsey. Aber ich hab einen Apfel. Ne, mir ist gar keiner. Da ist sie, wir haben auch, ich hab gar nichts zu essen, Mann. Da ist eine Kiste im Wald. Was, seh ich? Oh, denn, ich seh die nicht. Sie hat vorbeigerand, ich hab ne Axt. Oh, du hast die Axt im Wald, du bist die Axt im Wald. Ja, Mann. Dann nimm einer anderer das Feuerzeug. Da ist doch nichts mehr drin. Feuerzeug, Feuerzeug. Da. Ne, ich hab dir das zugebucht. Ich zünd den Wald an, damit uns jeder findet. Bist du über den, da bist du. Da ist ein See, da bin ich gerade. Ich glaub, da ist nämlich eine Kiste im Wasser. Unter der Brücke bestimmt, ne? Oh, doch nicht. Ne, ich seh keine. Doch, da ist doch eine. Seh ich doch direkt. Ja. Und was ist drin? Ja, 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 ja. Nix mehr. Ne, nur Äpfel. Seid ihr einfach hungern? Habt ihr Essen und so? Also ich hab gerade ein Apfel gegessen. Ich hab ein Level. Ich brauch einen Verzauberungstisch für meine Angel. Deine Angel? Köder 3. Hier, ne Kiste. Geht doch. Wo? Ich bin die ganze Zeit am Äpfelfarm. Zwei Bögen, Fleisch, Hosen. Oh, Bogen her damit, ich bin Bau-Master. Was? Ich hab Pfeile. Das ist ja wohl meins, ne? Ich bin auch ein Bau-Master hier. Was? Du bist auch ein Bau-Master? Ich geb dir mal einen Bau-Master. Äh, scheiße. Ist du echt ein Bau-Master? Dann nimm du, ich hab die Axt hier. Ah, sehr gut. Dann geb ich dir die Pfeile auch noch direkt. Boah, geiles Ding, geiles Ding. Ich hab keine Pfeile. So, jetzt kriegen wir die, wir kriegen die, da steht einer. Wo? Mir noch nicht so ein paar Coedras, sorry. Du seid ihr denn? Kommt mal hinter mir her. Das ist der Weihnachtsmannladen. Das ist der Weihnachtsmann. Lass den Weihnachtsmann umbringen. Schenk genommen. Ich brauch mal was zu essen, warte, Fleisch. Ich will den Sack vom Weihnachtsmann. So, aber gibt's hier noch, gibt's hier jemand? Nicht so viel Rennen eigentlich. Denik ist da, auf dem Baum ist eine Kiste. Ja, die habe ich schon gesehen. Oh, ich hab was sagen. Beile und was zu fressen. Pfeile, wir sind verfeiligend. Ja, hier. Das sind Äpfel oder Kisten? Das sind Lampen. Ach, das sind Lampen. Aber obendrauf ist, glaube ich, eine Kiste. In dem Zug. Sese. Komm mal nach rein, hinten? Wo sind die ganzen Leute? Und koch den Teebel. Oh, ich kann nichts Kraften. Doch, ich kann. Gut gekommen, gut weit gekommen hier mittlerweile. Da kommt man leider nicht hoch, ne? Leider, leider nicht. Guck mal, ich reine, oder? Ach so, man muss wahrscheinlich da hinten drauf und dann übers Kabel, oder? Ja, man muss dann, genau, ja. Okay. Guck mal hier in der Ruine noch kurz. Aber ihr könnt ja schon mal... Boah, das ist aber ein langer Weg. Das, glaube ich, hat nichts zu sagen, ne? Oh, obendrauf ist auf dem... Wo seid ihr denn? Ich bin in dieser Ruine. Ah, hier ist ein... Ah, ne, ne, oder? Wart ihr schon mit dem Zug drin, ne? Ne. Hier sind nur Pfeile, Mann. Ja, wo seid ihr denn? Ich sehe euch nicht mehr. Ah, ja, das könnte funktionieren. Boah, ich habe gerade Falle ausgelöst. Alter, ist die mies. Ist die mies. Seid mal ein bisschen vorsichtig. Lebt ihr aber noch, oder? Ja. Okay, ich komme mal zu euch. Nicht den Schalter vor der Tür da oben liegen. Ich bin so einen Abschuss freigegeben hier oben auf dem Kabel. Aber hier hinten ist doch, glaube ich, eine Kiste hinter der Mauer, soweit ich mich irgendwie entsinne. Oder bin ich doof. Darf ich sagen, du jetzt nichts? Ich bin auf dem Turm hier drauf, aber da ist nichts. Guck mal hier, guck mal nach unten. Schau mal. Guck mal zum Kabel. Hinter der Mauer. Guck mal Kabel. Kabel. Hier, ich bin auf dem Kabel. Ach, da. Hallo. Ja. Aber hier sind nirgendwo Gegner. Ne, ich habe auch keinen gesehen. Holst du dir die Kiste da hinten? Ja. Ist ja meins. Ich hasse irgendwas. Pakoida, ist da hinten im Turm drin? Ne. Leider nicht. Wo sind überhaupt die Achter? Ich suche mal hier. Folgt mir mal, da sind ganz viele große Häuser, da sind wahrscheinlich alle drin. Da ist nichts drin, ne? Die hat schon jemand gelootet. Nein. Die Kiste ist schon mal leer. Ist die andere da drüben? Falafel. Wir können auch hier im Turm die Leute in die Todesfalle locken, ne? Meinst du am Ende von den Schienen, oder? Ne, nicht am Ende, sondern dazwischen hier, wenn ich sie nach rechts. Ja. Kommt mal her hier. Ich meine auch den Pakoidra, wo er einen Sinn schicken will. Ja, der ist hier durch den Wald, geradeaus. Ja, und wie komme ich jetzt wieder runter? Jump auf den Baum, oder? Ne, oh, fuck. Der kommt jetzt zum Bahnhof und ich stehe auf der Brücke vom Bahnhof. Ich habe Stöcker gefunden. Stöcker, bring die mit. Ja. Ich bin beim Bahnhof. Gut, ich auch. Hast du das da im Bahnhof? Ja, ich bin im Bahnhof, ich suche gerade, ich suche gerade einen Fahrplan. Ihr explodiert alles. Mit hierher explodiert? Mit hierher schauer. Ich stehe zum Glück unter der Brücke. Ja, du musst unter der Brücke. Ich komme rüber und versuche nicht erschlagen zu werden. Oh, danke, ein Schwert und Rüster und Äpfel und alles. Geh raus hier hin. Endlich habe ich einen verfickten Scheissschwert. Andere Seite, glaube ich, gewesen. Ich habe noch zwei Hosen, falls jemand möchte. Da war eine Kiste hinter. Kommt mal zu den Häusern, da war noch keiner drin. Du hast die Tür aufgemacht. Weiß ich nicht, was du rechtst. So wie man das eine Tür aufmacht. Ich weiß nicht, wo du bist, Paco. In den Häusern drin. Da war noch keiner. Hä? Vom Bahnhof, von wohin denn? Gegenüber, da sind doch hinterm Bahnhof, sind dann Haus. Oh Gott, drei Herzen, nicht drei Keulen, nur noch. Ja, das ist krass. Da hast du was zu essen. Oh, danke. Ah, ich habe auch noch Pils. Im ersten Haus. Das ist ein Verzauberungstisch. Ich habe zwar nur ein Scheiss-Goldschwert, aber ich könnte meinen Bogen verzaubern. Ich habe auch noch einen Gold fahren. Hier ist ja nichts drin in dem Scheisshaus. Ah, doch, da steht ja eine Gäste. Wenn ihr irgendwann aufgefüllt oder? Oh, ich habe ein Verzauberungstisch. Soll ich mein Goldschwert verzaubern? Danke. Oder mein Bogen? Da wird es auch nicht mehr fehlen. Ich habe nur Pils, die kann es ja nicht essen. Okay, Haltbarkeit auf dem Goldschwert ist natürlich auch sehr nett. Ihr könnt runter hier. Oh nein. Deathmatch. Oh, fuck. Deathmatch. Seid ihr? Wir sind nebeneinander. Da hinten liegt es. Ich bin auf einem Pfeiler. Ey, habt ihr Hosen? Ja. Willst du es haben? Ich habe Stiefel und Waffe. Der hat einfach ein verzaubertes Goldschwert. Oh, da hinten ein Diamantschwert. Ich sehe ein Diamantschwert. Lass auf den mit dem Diashrek gehen und Paco ballert, hier hast du noch Pfeile. Ich lebe die vor dich. Ach, ich habe meinen Bogen. Was war das denn jetzt? Der ist verzaubert. Ich bin tot, Alter. Ich bin sowas von tot. Das klingt echt flott. Ich habe auch gar nicht auf die Uhrzeit. Guck dir das an, die haben Team gemacht, die Wichser. Oh, aber richtig. Ja, die haben Team gemacht. Ja, voll die Arschwächer. Die haben Team gemacht. Die waren zu zweit. Das gibt es doch nicht. Nee, aber ich meine, wir sind in Team Survival Games. Ach so. GG. So. Cheetah. Wie sich das gehört. Jordan und Lev Null. Okay, ich glaube für mich ist aber heute auch Schluss, ey. Aber war witzig mit euch, war witzig mit euch. Hat Spaß gemacht. Können wir gerne wieder machen, können wir gerne wieder machen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber nächstes Mal mit einem anderen Texturpack. Das ist nicht so saffensig, ey. Ja, vor allem, dass man nicht nur Kisten sieht. So, ich schenke. Willst du eine Runde Syndicates Games spielen und aufnehmen? Also ich nicht mehr. Ey, ich habe nicht mehr viel Platz auf der Platte. Ach so, wir können auch so eine Runde spielen, weil ich habe eh noch ein paar Minütchen, was mein Spiel fertig erinnert ist für morgen. Ja, ich wollte noch was essen. Ich lasse euch dann allein. Alles klar. So, ich muss ja auch nochmal die Aufnahme werden. Tschüss Zuschauer. Macht's gut. Ciao.